Ja, wir begrüßen Sie und euch ganz herzlich zu den Warterweiler Gesprächen in einem ganz besonderen Rahmen. Wir sind hier gemeinsam, Richard Merkner, Beate Rutkowski, Michael Kuppertz, zu den Warterweiler Gesprächen in der so wunderschönen, neu hergerichteten Bootshalle. Es wären die dritten Warterweiler Gespräche in diesen neuen gestalteten Räumen. Und wir freuen uns sehr, dass so viele jetzt schon zugeschaltet haben. Wir haben heute, bevor wir dann sozusagen richtig in den Vortrag einsteigen, freuen wir uns auf die Einführung von unserem Landesvorsitzenden Richard Merkner und hören dann den Vortrag von Dr. Michael Kuppertz. Vielen Dank, lieber Martin. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Bewegende Zeiten, ungewohnte Zeiten. Aber wir haben nichts gescheut, um Ihnen, um euch zu Hause tatsächlich Warterweiler Gespräche zu bieten, wie ihr sie eigentlich auch aus den vergangenen Jahren gewohnt seid. Nun, es sind ja vielleicht nicht alle Bund Naturschutz affin, die uns jetzt zuschauen und zuhören. Von daher nur ganz kurz. Wir befinden uns in Warterweil am Ammersee in diesem tollen Gebäude, das der Bund Naturschutz von der Generalswitwe Bertha Habersack geehrt hat. Die ist dann allein aus unseren Spendenmitteln und aus Testamenten zu diesem Bildungszentrum gemacht worden ist, wo wir heute sind und wo wir mit den Warterweiler Gesprächen eine ganz lange Tradition aufgebaut haben. Somit ist Warterweil, wo ja schon Bertha Habersack in den 50er Jahren Umweltbildung betrieben hat, wirklich eines der ältesten Orte und einer der interessantesten Orte der Umweltbildung. Ja, es finden hier Klimawandel in Bayern, Klimaprojekte statt mit Schülerinnen und Schülern. Es sind viele Übernachtungen, über 5000. Und auch in diesem Jahr unter den erschwerten Bedingungen ist der Betrieb wieder angelaufen, natürlich mit den entsprechenden Hygiene-Gesichtspunkten. Aber wir haben sowohl im fachlichen Bereich mit der ja in Hersching auch angesiedelten Zentrale, Bildungszentrale des Bayerischen Bauernverbandes, wie eben mit den klassischen Schulprogrammen zum Glück wieder starten können. Und daher ein herzliches Dankeschön auch an das Team in Warterweil mit Birgit Görden, Axel Schreiner und allen anderen, die hier damit zu tun haben. Ja, Warterweiler Gespräche, ansonsten die Bootshalle, die ehemalige Bootshalle hier voll mit an die 100 Leuten. Jetzt eben draußen die Wohnzimmer gefüllt oder die Arbeitszimmer. Der Vorteil, man hat keine so lange Anreise. Man kann sich genauso vom Spessart wie von den Alpen dazu melden, beziehungsweise teilnehmen. Aber natürlich fehlt auch ein bisschen die Atmosphäre und deswegen wollen wir Ihnen auch heute mit unseren Kamerateams etwas die Atmosphäre bringen. Und wir haben vor allem einen Vortragenden, der Sie sicherlich begeistern wird. Dazu später mehr. Ich darf neben der Beate Rutkowski, der im Landesvorstand heute hier präsent ist, auch noch begrüßen, den Sebastian Schönauer, der aus dem Spessart zugeschaltet ist, die Kathi Mühlebach-Sturm. Jetzt muss ich mal schauen, Martin Helf mir, der Karl-Hauer-Zettel aus Passau. Also die Vorstandsmitglieder sind gut vertreten. Günter Schorn, unser Kreisvorsitzender hier vom Landkreis Starnberg, ist auch zugeschaltet. Und von daher nochmal ein herzliches Grüß Gott an alle diejenigen, die jetzt wirklich aus ganz Bayern hier dabei sein können. Die Warterweiler Gespräche haben eine lange Tradition, inzwischen 13 Jahre. Professor Hartmut Vogtmann war im Jahr 2007 hier. Dann im nächsten Jahr der Klimaforscher Professor Hartmut Grassl. Dann hatten wir den Herrn Seitz von Miserior. Wir hatten den leider schon verstorbenen Professor Hans-Peter Dürr, genauso wie Herrn Professor Gnoflacher, den Papst für das Zu-Fuß-Gehen und für eine Verkehrswende. Und im letzten Jahr hatten wir mit Barbara Scheitz, das ist für Sie, Herr Kopatz, denke ich auch ganz interessant, die Chefin und Geschäftsführerin der Andexer Molkerei, die hier ganz in der Nähe ist und die eines der Bio-Vorzeigeunternehmen in Bayern ist. Ja, spannende Persönlichkeiten, spannende Diskussionen und heute haben wir einen weiteren Höhepunkt. Und ich freue mich wirklich, dass ich Sie, Herr Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, heute bei uns begrüßen kann. Seien Sie uns herzlich willkommen beim Bund Naturschutz in Bayern. Ja, der Applaus wird jetzt noch nicht eingespielt. Da müssen wir noch ein bisschen dran üben. Auch bei der Heute-Show oder bei anderen Formaten haben die da ihre Probleme damit. Aber wir wollen ja nicht so perfekt sein, so viel Geld haben wir auch nicht. Von daher, ich glaube, alle freuen sich auf Sie, Herr Kopatz, und auf Ihren Vortrag. Schluss mit der Ökomoral. Das trifft wahrscheinlich einige von uns, weil wir halten uns ja oft moralisch für überlegen, wie wir den Planeten retten können, ohne ständig daran zu denken. Tja, das wird spannend werden. Wie kommt es dazu? Darf ich kurz etwas über Ihren Lebensweg und Studienweg berichten? Herr Kopatz hat nach seinem Studium der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Umweltpolitik und Umweltplanung 2006 promoviert, zum Thema Nachhaltigkeit und Verwaltungsmodernisierung eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel nordrhein-westfälischer Kommunalverwaltungen. Also eigentlich genau in diesem Schnittpunkt, in dem sich auch der Bund Naturschutz und viele unserer Aktiven vor Ort bewegen. Wie können wir denn überhaupt politisch Einfluss nehmen? Und dann ist oft eine Verwaltung, die eigentlich mehr Einfluss hat als die entsprechenden Räte. Sie selber sind in Osnabrück auch politisch tätig im Stadtrat. Vielleicht erzählen Sie uns da nachher noch etwas dazu und da kommt Ihnen vielleicht Ihre Dissertation auch entsprechend zugute. Sie sind seit 1997 Mitarbeiter wissenschaftlicher in der Abteilung Klimapolitik des Wuppertal-Instituts. Mit dem Wuppertal-Institut verbindet den BUND und auch den Bund Naturschutz schon eine lange Geschichte. Denn die erste, würde man sagen, bahnbrechende Veröffentlichung, zukunftsfähiges Deutschland. Gemeinsam ein Umweltverband der BUND mit einem großen Entwicklungsverband mit Miserior wurde vom Wuppertal-Institut unter Leitung damals von Dr. Reinhard Loske erarbeitet in einem Teamwork-Prozess. Und ich hatte das Vergnügen, ganz am Anfang mit dabei zu sein und dann auch viele Vorträge zu halten bei katholischen Bildungswerken etc. über diese Studie. Herr Kopatz hat dann an der Nachfolgestudie mitgemacht, die der BUND in Auftrag gegeben hat, die sozusagen dieses, ja glaube ich, über 20 Jahre alte Werk Zukunftsfähiges Deutschland 1 weiter gemacht hat. Und es ist letztlich ein Fahrplan, auch eine Vision eben für die Transformation unserer Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems. Herr Kopatz hat viele Arbeitsschwerpunkte, ob das die Auswirkungen der Energiewende auf monetär arme Haushalte sind, ob das der kommunale Klimaschutz ist, ob das die Suffizienzrevolution ist, Energiesuffizienz. Also alles Themen, mit denen sich ja auch Sie, mit denen ihr euch herumschlagt, sage ich mal, aber wo auch der Bund Naturschutz, denke ich, schon vieles in Bewegung gesetzt hat. Er war Lehrbeauftragter an der Hochschule Bochum, an der Universität Kassel und auch an der Lofania Universität Lüneburg. Und, und das freut uns besonders, er ist auch Mitglied des BUND und macht sogar Werbung für uns in seinen Büchern, genauso wie die Teilnahme an der Demonstration. Wir haben es satt, die wir ja jedes Jahr auf Initiative von Hubert Weiger in Berlin durchgeführt haben, die leider auch im Jahr 2021 ausfällt und dass ein Wissenschaftler sich auch so positioniert. Das ist für uns schon etwas Besonderes. Ja, von daher, glaube ich, haben wir einen spannenden Nachmittag und zum Vortrag selbst. Wie haben wir es mit der Ökomoral, wie retten wir den Planeten mit dem erhobenen Zeigefinger, mit gutem Vorleben, mit Veränderung der Strukturen, wo ist das richtige Leben im falschen System. Damit haben wir als Aktive im Bund Naturschutz seit Jahren, seit Jahrzehnten zu tun. Und wir freuen uns sehr, dass Sie aus wissenschaftlicher Analyse uns jetzt Wege aufzeigen, wie wir partiell mit diesem Dilemma, aber auch mit den Chancen, die darin liegen, umgehen. Herr Kopatz, schön, dass Sie nach Wart Hawaii gekommen sind. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank für die Einleitung und für die freundliche Begrüßung. Ich gehe gleich in Medias Rees. Tatsächlich habe ich ja nun zwei Bücher geschrieben, um die es heute bei meinem Vortrag geht. Ein grünes und ein blaues. Das blaue ist ja schon etwas älter. Es hat den Titel Ökoroutine, damit wir tun, was wir für richtig halten. Und das ist sozusagen die grundlegende Arbeit, bei der ich mir auch schon Mühe gegeben habe, mit vielen Bildern und so weiter das möglichst plastisch darzustellen. Aber es hat doch, weil es etwas dicker ist, einige abgeschreckt. Für diejenigen habe ich dann das grüne Buch geschrieben. Das sind sozusagen Kurzgeschichten zum Konzept der Ökoroutine aus meinem Alltag und aus dem, was man so mitbekommen hat. Und diese Kurzgeschichten, die kommen ganz gut an. Jedenfalls haben das viele gelesen, die sich sonst keine dicken Bücher zutrauen. Und insofern ist jetzt also für jeden was dabei. Weihnachten steht ja auch wieder vor der Tür. Gut, aber ich möchte gleich auch klarstellen, Schluss mit der Ökomoral, das klingt sehr provokativ. Ist auch so gemeint als Provokation. Aber Moral ist sehr wichtig. Ohne Moral, ohne ethische Vorstellungen gäbe es überhaupt diese Veranstaltung nicht. Gäbe es keine Zuhörer. Es gibt ja ganz viele Menschen, die Klimaschutz sehr wichtig finden. Also Moral ist sehr wichtig. Ja, und ich sage es mal jetzt ganz witzig. Der Mensch in Deutschland, der am moralischsten in Deutschland ist, ist für mich Julia Glöckner momentan. Letztes Jahr oder dieses Jahr zur grünen Woche hat sie einen Videoclip ausgestrahlt. Und worum es dabei geht, das bringe ich hier mal auf den Punkt mit dem kleinen Clip. Können wir zum Beispiel mehr Tierwohl oder die Produktionsbedingungen oder auch ob unsere Bäuerinnen und Bauern ein nachhaltiges, ein auskömmliches Einkommen haben? Zeigen Sie mit Ihrem Einkauf den Respekt und die Wertschätzung für diejenigen, die jeden Tag unsere Lebensmittel für uns produzieren. Als Verbraucher haben wir ungeahnte Möglichkeiten. Wir zeigen sie Ihnen. Sie entscheiden. Du entscheidest. Das ist doch praktisch. Politik sagt also hiermit, dass die Konsumenten für alles verantwortlich sind, was in der Landwirtschaft geschieht. Also das heißt im übertragenen Sinn, oder das heißt eigentlich ganz konkret, wenn die Leute alle nur noch Bio kaufen würden, würde nur Bio produziert und die Probleme werden gelöst. Also hat der Konsument die Verantwortung. Diese Idee haben wir auch vom Wuppertal-Institut 20 Jahre verfolgt und gedacht, wir müssen die Menschen, und der BUND auch, die Menschen einfach richtig überzeugen, dass alle quasi ihren Konsum verändern, ihr Verhalten verändern und dann ändert sich das ganze System. Interessanterweise hat kein Konsument sich bewusst dafür entschieden, für die Tierhaltungsbedingungen, wie wir sie in Industriestellen kennen. Qualtierhaltung ist keine bewusste Entscheidung, wenn ich ein Produkt kaufe, sondern es nehmen die Menschen unterbewusst in Kauf. Umgekehrt hat aber die Politik systematisch Rahmenbedingungen geschaffen, die dazu beigetragen haben, dass industrielle Landwirtschaft realisiert wurde, dass der Wettbewerbsdruck zwischen Landwirten immer weiter zugenommen hat und dass es quasi für einen Landwirt, also zum Beispiel für einen Schweine-Landwirt, gar nicht anders ging, als die Stelle immer weiter zu vergrößern. Das ist eine politische Verantwortung gewesen und keine Verantwortung des Konsumenten. Das Konsumverhalten, das darf man nicht mit Politikgestaltung verwechseln, das ist quasi eine Kernbotschaft hier meines Vortrags. Moralisch wollen die Menschen alle das Richtige tun. Moralisch sind wir ganz weit vorne. 90% von uns sagen Befragung, finden artgerechte Tierhaltung sehr wichtig und sind auch bereit, deutlich mehr Geld auszugeben für Fleisch aus guter Tierhaltung. Tatsächlich machen das aber nur 2 bis 3%. 80% zeigen Befragung, in den Städten wollen weniger Autos in der Stadt, aber offenbar ist keiner bereit, den Wagen stehen zu lassen. Über 90% der Menschen finden den Handel mit fairen Produkten sehr wichtig und begrüßenswert, aber nur 1% der Menschen greift zu der fair gehandelten Waage. Und das ist ein Spiegeltitel aus dem Jahr 1986. Das Thema Klima oder globale Erwärmung ist schon lange präsent und tatsächlich sind über 90%, 95% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und auch in der Europäischen Union finden den Klimaschutz sehr wichtig. Und dann sieht man an den Flughäfen, außer jetzt zur Corona-Zeit, wie gut es den Menschen gelingt, das zu tun, was sie für richtig halten. Die Moralisierung kann demotivieren, und das kommt jetzt die Verbindung zum Titel, Schluss mit der Ökomoral, wie komme ich darauf? Ein Beispiel, ein Kollege vom Wuppertal-Institut kam mit seinem neuen Carbon-Fahrrad zum Wuppertal-Institut. Ich war stolz wie Bolle auf sein neues Fahrrad. Und dann kamen wir andere Kollegen auf hinzu aus der Abteilung für Stoffströme und hat ihnen aufgeklärt, dass dieses Fahrrad ja einen riesigen ökologischen Rucksack hat und hat ihm damit die ganze Gaudi verdorben und dabei auch völlig vergessen, dass der Kollege immer mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto gekommen ist. Andere Geschichte war am Buffet. Der Kollege ist Veganer und schnell kommt man dann ins Gespräch. Der Fleischesser verteidigt ja dann seine Lebensweise und das geht dann hin und her. Und am Ende fiel dann der Spruch, ja, aber deine Schuhe sind ja auch noch aus Leder. Und diese Erfahrung mache ich auch ganz oft, dass von mir dann quasi das öko-perfekte Leben gefordert wird in jeder Hinsicht und man findet immer noch etwas, was nicht ganz korrekt ist, mit dem sich andere dann legitimieren. Ich komme jetzt gleich nochmal auf dieses Stichwort legitimieren. Ja, andere Begebenheit war, ich beim Aldi und werde von einer Freundin, ja, ich fühle mich gewissermaßen ertappt, ja. Sie sagte dann, Michael, du beim Aldi? Und ich bin schon angefangen, mir ausreden zu überlegen, bis mir klar wurde, ja, why not? Ja, warum soll ich nicht auch mal beim Aldi einkaufen? Ich kann und will auch nicht alles 100% korrekt machen. Da sage ich auch schon mal vorweg, weil ich das Bild gleich nicht zeige, auch meine Kinder werden in ihrem Leben mal fliegen dürfen. Ja, das heißt nicht, weil sie jetzt so einen Öko-Vatter haben, dass die jetzt auch quasi in Aschese leben müssen. Und so war es auch bei Friday for Future. Da haben viele ja gesagt, ja, also, du bist ja auch schon mal geflogen oder du willst ja auch nochmal fliegen. Und das heißt ja im Umkehrschluss, wer schon mal geflogen ist oder fliegen möchte, hat das Recht verwirkt, an einer Demonstration für den Klimaschutz teilzunehmen. Was ich sage, ist genau das Gegenteil. Ich kann geflogen sein, ich kann gestern geflogen sein, in München von der Startbahn geflogen sein und am nächsten Tag gegen den Ausbau des Münchner Flughafens demonstrieren. Ganz im Gegenteil würde ich mir wünschen, dass all diejenigen, die geflogen sind, statt bei CO2-Atmosphäre, das kann man machen, ja, geschenkt, aber viel wertvoller wäre, dass jeder, der geflogen ist und ein schlechtes Gewissen hat, einmal im Jahr oder für jeden Flug demonstrieren geht, gegen den Ausbau eines Flughafens. In Frankfurt kann man das jede Woche machen, dort demonstrieren die Anlieger jeden Montag gegen den Ausbau des Terminals. Ja, dann sind wir perfekt darin, mit Widersprüchen umzugehen. Jeder, der einen Hund hat, wird sofort sagen, der sieht so süß aus, der guckt mich so lieb an, der Hund, mein Hund, der hat eine Seele. Und dann kann man beobachten, wie dieselben Menschen im Supermarkt das billigste Fleisch einkaufen. Das sind ja nicht gelebte Schizophrenie. Wir können hervorragend, mit krassem Widerspruch leben, Raucher sagen, Helmut Schmidt ist auch 95 geworden, wird schon alles gut gehen. Wir können auch exzellent verdrängen. Wenn jetzt jemand heute Abend oder morgen Abend zum Grillen verabredet ist, ist jetzt ja nicht mehr die Zeit, aber vielleicht ein schöner Braten und der Gastgeber hat einen Hund, dann rate ich davon ab, das zu thematisieren. Denn diese, das anzusprechen, wird garantiert die Stimmung verderben und mit ziemlicher Sicherheit wird der Gastgeber seine, sein Verhalten deswegen nicht verändern. Es zeigt aber, dass moralische Appelle und gute Kampagnen alleine offenbar nicht ausreichen, die Menschen dazu zu bringen, diese Widersprüche aufzulösen. Hier eine Grafik über die Ausgaben für Grillgeräte, über eine Milliarde Euro, 200 Millionen werden ausgegeben für Biofleisch. Tatsächlich ist es ja so, dass die Menschen für 800 Euro einen Grill kaufen und dann für 99 Cent die gut und günstige Würstchen drauflegen. Ja, wir, ein Problem, warum nicht geschieht, was wir für richtig halten, ist, wir wollen immer mehr, alles wird immer größer, komfortabler, luxuriöser, zum Beispiel unsere Wohnung, jeder von uns hat mittlerweile 12 Quadratmeter mehr Wohnfläche, die Bevölkerung ist ja gar nicht gewachsen, aber jeder hat immer mehr Wohnfläche und diese Wohnfläche muss ja dennoch neu beheizt werden. Also es entstehen 350.000 oder 300.000 Wohnungen momentan jedes Jahr Wohnfläche, also die beheizt werden muss, Beton, der hergestellt werden muss und das hat zu diesem Effekt geführt, der im Prinzip ja mittlerweile schon seit vielen Jahren bekannt ist. Der Raumwärmebedarf ist nicht zurückgegangen, obwohl Häuser effizienter wurden, obwohl ganz viel saniert wurde, ist der Raumwärmebedarf sogar gestiegen und das ist das größte Problem beim Klimaschutz überhaupt, dass alles immer mehr wird und das, was wir an Effizienz und Energiesparmaßnahmen umsetzen, in weiten Teilen kompensiert. Wir könnten viel erfolgreicher sein beim Klimaschutz, wenn nicht alles immer schwerer und größer würde, wie zum Beispiel unsere Autos. Der Verkehrsbereich ist der einzige Bereich, wo CO2 nicht zurückgegangen ist und das liegt unter anderem daran, dass Fahrzeuge mittlerweile so groß sind wie dieser hier, zweieinhalb Ton Material, um in der Regel nur einen Menschen zu transportieren. Das veranlasst manche zur Polemik. Ich habe das mal angetroffen, auf so einem Wagen hat jemand draufgeklebt, eine Penisverlängerung wäre klimafreundlich, hat dieses Angeberauto. Ich zeige das immer bei Vorträgen und es ist eigentlich immer ein garantierter Lacher, nicht immer, muss ich zugeben. Es gibt Veranstaltungen oder lacht keiner. Das kann man sich dann vorstellen, was das für ein Publikum ist. Schön, dass Sie mich trotzdem einladen. Ja und aber es ist mehr als nur ein Lacher. Seit einem Jahr ist mir klar geworden, hier ist jemand, der Zivilcourage besessen hat, der sich getraut hat, jemandem zu sagen, es ist nicht okay. Ein solches Übergewichtsfahrzeug zu nutzen, ist nicht okay und hat in dieser Form darauf aufmerksam gemacht und diese Form vom Guerilla-Marketing, die kann ich jetzt unterstützen. Also wenn ihr jetzt hier wärt, würde ich euch Aufkleber hier hinlegen, wo dann genau dieser Spruch drauf steht mit der Penisverlängerung. Ich lasse welche hier, ihr könnt euch die hier von hier aus schicken lassen, wie auch immer. Wir neigen zur Legitimation. Ich habe gerade es schon angedeutet, der SUV-Fahrer sagt dann zum Beispiel, ja, ich brauche den hohen Einstieg ins Auto, wir haben einen Pferdeanhänger und einen Wohnwagen unterwegs zum Wochenendhaus, der ist so matschig. Also man legitimiert sich, tun wir alle. Wer geflogen ist, verweist ganz gerne auf diejenigen, die mit dem Kreuzfahrtschiff gefahren sind, die sind ja viel schlimmer, man legitimiert sich und der SUV-Fahrer kann sogar auf ein Klimalabel verweisen, nämlich, dass so ein Renault Twingo bekommt ein schlechteres Klimalabel als dieser zweieinhalb Tonnen schwere Wagen mit 260 Gramm CO2-Ausstoß. Dafür hat die Bundesregierung gesorgt, für dieses Fake-Label, das relativ nach Gewicht bewertet. Das würde dazu führen, dass ein Leopard 2 genauso gut abschneidet wie ein Golf. Ja, das ist übrigens gerade auch in der Diskussion, dass dieses Label wiederum korrigiert werden sollte. Also es gab mal einen Kanzler, der hat gesagt, entscheidend ist, was am Ende rauskommt. Und das sollte beim Auto natürlich auch der Fall sein. die absolute CO2-Menge ist entscheidend dafür, wie klimafreundlich es ist. Eigentlich müsste das außer Frage stehen. Auch Kühlschränke werden relativ nach der Größe bei ihrer Klimafreundlichkeit bewertet. Zeigt mir in ihrer Schwägerin so eine Art Kühlschrank, macht die Türen auf und ich sage, meine Güte, der ist ja so groß wie mein Kleiderschrank zu Hause. Sagt sie, ja, aber steht drauf, A++. Das ist dann halt effiziente Verschwendung. Fernseher werden auch immer größer. Mittlerweile sind die Geräte so groß, dass in manchen Haushalten die Menschen den empfohlenen Sitzabstand gar nicht mehr einhalten können. Und da sagte mal jemand beim Vortrag, ja, Herr Kopertz, deswegen werden die Wohnungen immer größer. Ex and Hop, es ist nicht nur so, dass alles immer mehr wird oder größer. Wir haben auch immer höheren Durchsätze. Durchsätze nicht nur bei Elektrogeräten, sondern auch bei Textilien. Primark und Kik und so stehen dafür symbolisch für diesen Durchlauf an Textilien mit hohem ökologischen Effekt. Und wenn man jetzt die Menschen fragt, hast du genug? Brauchst du noch mehr? Brauchst du noch mehr Luxus? Dann sagen die meisten Menschen, 80, 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger würde sagen, materiell betrachtet habe ich genug, ich brauche nicht noch mehr. Dennoch wird es immer mehr, auch wenn wir uns gar nicht bewusst dafür entscheiden. Es ist quasi ein unbewusster Prozess, dass wir immer neue Dinge kaufen, dass immer neue Dinge in unseren Haushalt kommen und dass alles irgendwie ständig immer häufiger ausgewechselt wird. Vielleicht ist jemand im Publikum dabei, der sich noch daran erinnert, als die Menschen einen neuen Fernseher gekauft haben, wenn der alte kaputt war. Diese Zeit ist längst vorbei und es wäre auch höchst problematisch für die Wirtschaft, wenn dann nur noch Geräte gekauft werden, wenn sie kaputt sind. Wie man mit diesem Problem umgehen kann, das wäre zum Beispiel eine ehrenwerte Aufgabe, Forschungsaufgabe unserer Ökonomen von den großen Wirtschaftsforschungsinstituten. Warum kaufen wir so viele Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen? 26 Milliarden Euro gibt die deutsche Industrie aus, damit wir genau das tun. Wenn meine Tochter ankam und sagte, ich brauche Nike-Turnschuhe, mit 14 Jahren war das ein Must-Have, sie brauchte unbedingt Nike-Turnschuhe, dann hat sie das gemacht, weil Nike jedes Jahr viele Millionen ausgibt dafür, dass meine Tochter genau das gedacht hat. Werbung macht etwas, Werbung mit uns, Werbung manipuliert uns. Wie auch diese Werbung hier, die ich für nicht sehr gelungen halte, zum Atemrauben war diese Annonce, aber die ist schon zutreffender für Leute, die, ich sage mal, der Slogan, der da draufsteht, auch wenn sie den Weg zum Bäcker selten über einen Bergpass führt, kann man sich ruhig ein Geländewagen gönnen. Offenbar ist dem Macher dieser Kampagne selber bewusst gewesen, dass ein Geländewagen auf geteerten Straßen ein durchaus entbehrliches Produkt ist, also hat man es versucht, uns schmackhaft zu machen, offenbar mit Erfolg. Wie geht man jetzt damit um, mit Werbung? Am besten wäre natürlich viel weniger Werbung oder keine Werbung für Dinge, die extrem schädlich sind, aber im ersten Schritt könnte man zum Beispiel Gegenwerbung schalten, wie dieses hier vom Greenpeace-Magazin langes Wochenende, kurz das Klima killen. Das ist natürlich keine reale Anzeige, sondern eine Fake-Anzeige, aber das würde ich mir wünschen. Ich habe noch eine Fake-Anzeige mitgebracht, there's a little arm in everyone. Das ist doch humorvoll, das finde ich cool, wenn das immer zur Tagesschau kurz vorher so ein Clip gezeigt würde, am besten finanziert durch eine Abgabe der Werbeindustrie. Das Konzept Öko-Routine, ein Motto der Öko-Routine kann man zusammenfassen mit dem Slogan I will if you will. Wenn du mitmachst, mache ich auch mit. Und wer das super auf den Punkt gebracht hat, war mein ehemaliger Kollege Hermann Ott, der mal für die Grünen im Bundestag war. Der fährt gerne schnell Auto und der Gedanke, dass er auf der Autobahn fährt und ständig überholt wird, wenn er nur 120 fährt, den kann er nicht so gut ertragen. Deswegen ist er für das Tempolimit. Da müssen ja alle anderen mitmachen und dieses schlechte Gefühl hört sofort auf. Und das ist ganz häufig ein Gedanke, wenn ich nicht alleine bin mit meinem richtigen Verhalten, sondern die anderen mitmachen, dann fühlt es sich viel besser an. Und darum kreist die Öko-Routine, dass wir die Rahmenbedingungen verändern. Strukturen ändern Verhalten. Verhältnisse ändern Verhalten. Und Strukturen ändern Routinen. Darum geht es beim Konzept der Öko-Routine. Routinen ändern sich sehr schwer, aber es geht. Als ich 14 war, war es nur etwas ganz Normales, wenn Eltern im Auto geraucht haben und hinten saßen die Kinder drin. Heute gilt das fast als Körperverletzung. Aber es kam nicht von alleine. Es kam nicht von alleine. Es gab schon lange das Wissen darüber, wie gefährlich Rauchen ist, aber die Leute haben nicht weniger geraucht. Dann hat Politik Tabak teurer gemacht. Das war das Erste. immer teurer gemacht. Dann hat man die Kampagnen immer aggressiver gestaltet. Die Information, wenn man so will, bis hin jetzt zu den Schockbildern auf den Verpackungen. Drittens hat man die Werbung immer weiter zurückgefahren. Mittlerweile darf es auch im öffentlichen Raum in Deutschland keine Werbung mehr für Tabak geben. Übrigens ist Deutschland das letzte Land in der Europäischen Union, die diesen Schritt auch vollzieht. Das sagt einiges über uns. Und viertens darf in den Gaststätten. Selbst in München auf dem Oktoberfest in den Zelten wird nicht mehr geraucht. Und all diese Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen über die letzten 20 Jahre demokratisch legitimiert, also von den Menschen noch mitgetragen, hat eine sozial-kulturelle Transformation oder auch, könnte man sagen, fast Revolution herbeigeführt. Eine Veränderung der Selbstverständlichkeiten und Gewohnheiten. Und das war gar kein großer Paukenschlag. Das war ein allmählicher Prozess, aber doch sind heute die Verhältnisse ganz andere als noch vor 15 oder 20 Jahren. Und diese Geschichte zeigt, wie auch das Konzept der Ökoroutinen in der Praxis funktioniert. Und sie wird bereits in der Praxis umgesetzt. Es ist nicht alles neu, was ich sage. Zum Beispiel gibt es eine Vorgabe, wie viel Energie ein Neubau pro Quadratmeter Wohnfläche verbrauchen darf. Und man kann ganz gut sehen, dass Ende der 70er Jahre das erste Mal ein Standard beschlossen wurde, das eine Vorgabe war für Neubauten. Und man sieht, über all die Jahre wurde dieser Standard immer weiter verschärft. Und ab dem Jahr 2008 gilt ja in der gesamten Europäischen Union, ab dem Jahr 2021 soll das Nullenergiehaus zum Standard werden. Es ist leider so, dass die Menschen und Bauherren, auch wenn sie Öko sind, in der Regel nicht mehr machen, als der Gesetzgeber vorschreibt. Wenn man mit Architekten spricht, dann sagen die 15 bis 20 Prozent machen etwas mehr als Wärmeschutzverordnung und mittlerweile ist es Energieeinsparverordnung. Wir haben den Standard immer weiter angehoben und warum das so wichtig ist, oder um das zu veranschaulichen, wiederum eine Geschichte von einer Kollegin, diesmal aus der Abteilung für Klimaschutzpolitik, die hat für 400.000 Euro ein Haus gebaut, das ist ungefähr zehn Jahre her. Und dann habe ich gefragt, ob die eine solare Warmwasseranlage installiert hat und dann sagte sie, nee, dafür fehlt am Ende das Geld. Da war ich platt, weil ich dachte, naja, wenn, dann müsste sie das ja als erstes machen, aber sie hat es nicht. Sie hat wahrscheinlich 25.000 Euro für die Küche ausgegeben, 25.000 Euro für die Badkeramik und dann fehlte das Geld für die Solaranlage. Wenn sie heute bauen würde, würde sie automatisch auf jeden Fall eine Solaranlage installieren, weil sie sonst diesen Standard nicht einhalten könnte. Können Sie noch mal eine Folie zurück, die Balken Beschriftungen kann man so schlecht lesen? Das ist nicht wichtig. Ja, ist nicht wichtig. Ja, also auf der linken Seite sieht man halt den Energiebedarf, in der vertikalen Achse und in der horizontalen sieht man die Jahre und im letzten Jahr 2001, also jetzt 2018 ist das letzte Jahr ganz rechts. Das ist ja die aktuelle Vorgabe und ab dem Jahr 2021 soll null Energie aus dem Standard werden. Das gleiche kann ich machen im Bereich der Ernährung. Ich hebe die Standards schrittweise an in der Landwirtschaft und am Ende habe ich 100% Bio. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber es ist so. Wenn ich über 15, 20 Jahre, also es geht hier dabei um Fahrpläne, darauf, dass die Landwirte und Konsumenten, dass alle sich darauf einstellen können. Also nicht von heute auf morgen. Aber ich hebe die Standards in der Landwirtschaft schrittweise an und am Ende habe ich 100% Bio. In der Tierhaltung mache ich genau das Gleiche. Wir heben die Standards schrittweise an, das heißt, Schweine bekommen einen halben Quadratmeter mehr Auslauf und zwar in der gesamten Europäischen Union. Also was ich mir wünsche, ist, dass Jürgen Klöckner auf europäischer Ebene dafür kämpft, dass wir den Standard anheben. Ich bin sicher, dass das dann gelänge, wenn die Deutschen sich dafür aussprechen würden und sich dafür einsetzen würden. Würde in der ganzen Europäischen Union das Fleisch oder die Tierhaltung immer artgerechter werden und jetzt denken natürlich alle, naja, wenn das so einfach wäre, dann hätten wir es ja wahrscheinlich schon längst gemacht. Habe ich auch gedacht. Bis ich dann mit den ersten Landwirten gesprochen habe und die haben eigentlich immer geantwortet, also wenn die Konkurrenten in Frankreich und in Spanien und Holland, wenn die alle die gleichen Vorgaben erfüllen müssen, dann habe ich damit kein Problem. Es geht also um die Wettbewerbskonformität, dass alle die gleichen Bedingungen haben und dann können alle wunderbar Geschäfte machen. Und deswegen ist es auch gut, wenn mehr Kursur gar nicht kommt beziehungsweise der europäische Markt für Lebensmittel weiterhin mit, also unsere Standards beim europäischen Markt als die Norm gelten. Hier ist der Chefanköpfer von Aldi Süd, den ich hier zitiere, der sagt, er würde ein Gesetz begrüßen, das höhere Standards für die Tierhaltung verpflichtend macht, am besten EU-weit. Da habe ich gedacht, meine Güte, der muss ja die Öko-Routine gelesen haben, ist genau das, was ich vorschlage. Für ihn gilt genau das Gleiche. Aldi kann ohne Probleme nur Öko-Fähre, kann ohne Probleme nur Öko-Fleisch, auch Bio-Fleisch anbieten, wenn die Konkurrenten die gleichen Vorgaben im Einkauf haben. Diese Idee der steigenden Standards ist wie ein Wasserspiegel, der steigt und alle Boote anhebt. In der Produktion gibt es wiederum schon Beispiele für steigende Standards. Staubsauger müssen haben mittlerweile einen Maximalverbrauch von 800 Watt. Solche Geräte waren vor ein paar Jahren noch unverkäuflich, weil alle gedacht haben, viel hilft viel. LED-Technologie kam nur zum Durchbruch, weil die Europäische Union die Sparlampe zur Norm gemacht hat. Und genauso könnte man dafür sorgen, dass weiße Ware, wie zum Beispiel Waschmaschinen, diese hier habe ich mir vor einem halben Jahr gekauft, nicht in der Hoffnung, dass eine Miele 20 Jahre hält, zumindest versprach der Hersteller das bisher. Wir haben hier also bereits ein Beispiel, dass das funktioniert, dass Geräte so lange halten. Man kriegt auch 20 Jahre lang dafür Ersatzteile. Das macht diese Firma freiwillig. Was ich mir wünsche und was Ökoroutine meint, wir machen das zur Norm in der gesamten Europäischen Union. Das heißt, alle, also auch wenn Samsung und so weiter ihre Produkte einführen wollen in unseren Markt, dann müssen sie diese Standards einhalten. Und wie kriegt man das hin? Indem man zum Beispiel als Gesetzgeber vorgibt, dass die Garantie vom Hersteller mindestens 10 Jahre beträgt. Ich bin sicher, dass die Hersteller dann dafür sorgen werden, dass die Geräte wieder länger halten. Wie würden Unternehmer darauf reagieren? Empört? Ja, Lobbyisten werden wahrscheinlich so mit Empörung reagieren, aber bei anonymen Befragungen wie dieser hier von den Vereinten Nationen sagen die CEOs, also die die Konzernchefs auf die Frage, was muss geschehen für mehr Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen, sagen 80 Prozent der Chefs, dafür brauche ich radikalere Vorgaben der Politik. Das finde ich doch faszinierend, dass die Topmanager anonym versteht sich, ja geradezu nach der Politik um Hilfe rufen. Mittlerweile gibt es immer mehr Konzerne und Unternehmen, die sagen, ja ihr Politik, ihr müsst die Vorgaben machen. Nicht, wir können Geschäfte machen in allen möglichen Vorgaben, aber ihr müsst schon die Richtung vorgeben. Im Verkehrsbereich gilt das Gleiche. Politik muss den Rahmen vorgeben. Wir sehen hier, wie die Flugverkehrszahlen ständig angestiegen sind. Ein dramatisches Klimaproblem. Ich habe hierfür, um das zu lösen, eine kolossal einfache Lösung. Mein Vorschlag lautet, oder was ich mir wünsche, ist, das dürfte ihm nicht schwerfallen, dass Andy Scheuer einfach nichts tut. Er soll bitte einfach nichts machen. Dann kann der Flugverkehr nicht weiter zunehmen. Was ich damit meine ist, wir bauen in München keine weitere Startbahn. Erfreulicherweise wurde das jetzt ja tatsächlich erstmal auf die lange Bank geschoben. Meine Vorträge haben manchmal seine Wirkung gezeigt. Kleiner Scherz. Und das andere, in Frankfurt, der Terminal, am besten man baut den gar nicht mehr zu Ende. Es wird also überall, werden die Flughäfen nicht ausgebaut und zugleich würde die Flugsicherungsbehörde keine weiteren Slots vergeben für Start und Landung und so ganz einfach durch Unterlassung könnte der Flugverkehr nicht weiter wachsen. Ich finde das faszinierend einfach, dieses Lösungsangebot und frage mich, warum das in der großen Politik so wenig thematisiert wird. Stattdessen reden manche liberale Politiker über Wasserstoffflugzeuge und ähnliches mehr, was kein einziges Problem löst, aber die Imagination davon geschaffen hat, dass irgendwie alles schon gut gehen wird mit der richtigen Technik. Lass uns einfach mal über die Dinge reden, die gar nicht technisch sind, sondern die kolossal einfach sind. Auch das Flugtaxi wird kein Problem lösen, es wird viele Probleme schaffen und ich mache mal hier drei Vorhersagen. Die erste Vorhersage lautet, das Flugtaxi, wir werden es benutzen, sobald es bezahlbar ist und sobald es verfügbar ist, wird es jeder von uns benutzen. Wir haben auch mittlerweile alle Handys, wir haben mittlerweile alle Smartphones. Ich habe bei Handys auch noch früher, also so alt bin ich schon, gedacht, das brauche ich nicht und ich konnte mir das nicht vorstellen, so wie es heute ist. Deswegen, das wird kommen. Zweite Vorhersage, man wird es uns so verkaufen, als Lösung der Verkehrsprobleme und Beitrag zum Klimaschutz, beides stimmt nicht, das kann ich jetzt schon sagen und das Dritte, was ich zu 100% garantieren kann, ist, dass niemand von den Zuschauern hier, niemand hier im Raum und auch niemand in unserer Republik durch das Flugtaxi glücklicher werden kann. Es wird niemand glücklicher durch das Flugtaxi. Seit den 70er Jahren werden die Menschen nicht glücklicher in Deutschland, in allen Industrieländern, wo die Menschen auf einem relativ hohen Wohlstandsniveau leben. hat das ganze Meer uns nicht zufriedener gemacht. Wir sind in Deutschland mittlerweile dreimal so wohlhabend, können dreimal so viele Dinge kaufen auf unserem Dachboden, verrotten dreimal so viele Dinge und wir können dreimal so weit reisen, aber all das hat uns nicht glücklicher gemacht. Und dann stelle ich mir doch die Frage, wenn das wirklich so ist und das ist wissenschaftsbasiert, dass das immer mehr nicht zufriedener macht. Warum tun wir das denn alles? Warum schoffen wir, um zu shoppen? Und diese Frage, die sollten unsere Ökonomen mit einiger Intensität bearbeiten, finde ich, das wäre eine sehr lohnenswerte Forschung. Wie kann eine Wirtschaft funktionieren, die nicht auf immer mehr angewiesen ist, sondern mit dem auskommt, was uns ausreicht, damit wir zufrieden leben können. Ein anderer Vorschlag, den ich mache, der auch unheimlich einfach und lapidar ist und interessanterweise, auch hier haben die Vorträge sich vielleicht ausgezahlt, von den Grünen angesprochen wird, nämlich keine neuen Straßen zu bauen. Keine einzige neue Straße, keinen Lückenschluss, keine Autobahn ausbauen, denn jede zusätzliche Straße führt zum Mehrverkehr. Das sagen viele aus der Umweltbewegung, sagen viele von den Grünen, können es aber schlecht erklären. Es ist doch gar nicht so einfach, wie man denkt. Ich habe die Erklärung mitgebracht, ich habe eine ganze Weile daran gefeilt, das didaktisch zu reduzieren. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Es ist tatsächlich so, dass jede Umgehungsstraße im Prinzip eine Form der Beschleunigung ist. Man kann sich das vorstellen, wenn man Weg zur Arbeit eine Stunde dauert, zwei Dörfer werden durch Umgehungsstraßen umrundet und ich brauche dann statt einer Stunde nur noch 40 Minuten, dann ist es eine Beschleunigung. Und dann freut man sich, dass man vielleicht länger ausschlafen kann oder so, nicht wahr? Aber im Endeffekt, im Ergebnis läuft es nicht so. Die Distanzen verlängern sich, das heißt, die Menschen fahren nicht nur 40 Minuten, sondern wiederum 60 Minuten, weil jeder von uns investiert ungefähr 80 Minuten pro Tag in Mobilität. 80 Minuten und das war schon zur Zeit der Postkutsche so. Das heißt, wir sind heute genauso lange unterwegs wie zur Zeit der Postkutsche. Und die ganze Beschleunigung, die ganzen ICEs und Flugzeuge und die ganzen Autobahnen haben nur dazu geführt, dass die Distanzen, die wir zurücklegen, sich verlängern. Und das ist die Erklärung dafür, weshalb immer mehr Straßen zu immer mehr Verkehr führen. Und kein Logistiker wird seine Routine verändern, wenn die Autobahnen immer weiter ausgebaut werden. Mittlerweile wollen die ganzen Lieferdienste wie Amazon sind dabei, tagescharf zu liefern. Jedenfalls ist das das Ziel, dass die Produkte am selben Tag sondern dafür geliefert werden. Und dass wir die Straßen noch mehr verstopfen. Frische Produkte werden geliefert. All das wird mehr und mehr zur Norm. Und wir schaffen die Möglichkeiten dafür, weil wir immer weiter Straßen bauen. Wir haben auch die Möglichkeit dafür geschaffen, dass die Produktion einer einfachen Lasagne mittlerweile auf die ganze Europäische Union verteilt ist, womit dann im Prinzip ein System der organisierten Unverantwortlichkeit geschaffen wurde, wo am Ende keiner mehr weiß, wer das Fädelferschrein gemischt hat. Was Andi Scheuer auch nicht zu kennen scheint und offenbar auch keiner im Bundesverkehrsministerium ist diese Grafik hier. Die Staulänge in Deutschland. Die hat sich seit 2002 vervierfacht. Offenbar hat der ganze Straßenausbau nicht dazu beitragen können, dass der Stau sich verkürzt, sondern es ist sogar schlimmer geworden. Deswegen brauchen wir systemische Antworten und eine, die ich allen Kommunalpolitikern ans Herz legen kann, ist, baut keine Logistikzentren. Wenn ich eine kleine Gemeinde habe und dann fragt Amazon einen großer Logistiker an, wir wollen in eurer Gemeinde ein Logistikzentrum bauen, dann freut sich der Bürgermeister erstmal. Aber im Grunde ist das der Beitrag dafür, dass die ganzen Einzelhändler und die ganze Regionalversorgung nach und nach vor die Hunde geht. Das wollen die Menschen nicht wirklich, das wollen die Bürgermeister nicht wirklich, deswegen wäre es super, wenn bundesweit die ganzen Kommunen sich weigern würden, Logistikzentren zu bauen. Mal ein Vorschlag zum Nachdenken. Anderer Vorschlag, wir machen es wie Singapur und lassen netto nicht mehr Fahrzeuge auf der Straße zu, als das gegenwärtig der Fall ist. Hab nicht die Zeit, um das auszuführen, aber auch mal so eine Anregung. Hier wieder ein Beispiel von dem, was schon umgesetzt wurde. Wie viel CO2 darf ein Neufahrzeug emittieren? Dafür gibt es eine Vorgabe auf europäischer Ebene, nämlich gerade 135 Gramm, den Max 95 Gramm und die Vorgabe verringert sich für die Flotte der Hersteller und auch hier ist ein Fahrplan, da kann man darüber diskutieren, wie verbindlich der ist, aber wichtig ist die Logik des Fahrplans und die kann vorsehen, dass ab dem Jahr 2030 beispielsweise nur noch Null-Emissionsfahrzeuge zugelassen werden. Und das Schöne daran ist, was für ein Auto die Menschen denn kaufen. Groß, klein, Angeberauto, Familienwagen, das bleibt den Menschen überlassen, sie können sich frei entscheiden. Sie können das Auto kaufen, ohne sich über den Klimaschutz Gedanken zu machen, deswegen sagen manche, das ist ja wie eine Erlösung des Konsumenten, was ich hier beschreibe. Und das andere Schöne daran, wie die Ingenieure wird dieses Ziel erreichen. Ob mit Bioethanol, Elektromobilität, das sage ich mal mit Christian Lindner, das überlassen wir den Profis. Tempo 30 ist auch so eine kleine niedliche Maßnahme mit kolossalem Effekt. Wenn eine Stadt das macht, dass Tempo 30 die Regelgeschwindigkeit wird, dann würde das den empfundenen Lärm einer Stadt halbieren. Eine kolossal einfache Maßnahme, die die Lebensqualität enorm verbessern würde, trotzdem lachen viele Politiker darüber. Aber es kann keiner sagen, dass es kompliziert wäre, denn hier muss ich in der Straßenverkehrsordnung außer 50 nur eine 30 machen. Es ist sehr einfach, das administrativ umzusetzen, allerdings nicht politisch. Ja, dann, wir sind jetzt beim Thema Verkehr, haben wir 40 Jahre dazu darauf hingewirkt, dass Städte wie München autogerecht werden. Und jetzt sind wir seit einigen Jahren dabei, zu diskutieren und erste Maßnahmen umzusetzen, dass Städte wieder menschengerecht werden. Und wie das aussehen kann, habe ich jetzt wieder einen Clip dabei, der das, was ich jetzt sagen würde, zusammenfasst. Das war's. Das war's. Is everything we want, don't make us who we are So I'll dream until I make it real And all I see is stars It's not until you fall that you fly When your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will glow in the dark, turning dice to gold And we'll dream, impossible Possible And we'll dream, impossible I will chase, I will reach, I will fly Until I'm breaking, until I'm breaking Out my cage like a bird in the night I know I'm changing, I know I'm changing it Into something big, better than before And if it takes, takes a thousand lives Then it's worth fighting for Is not until you fall that you fly When your dreams come alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful Ansonsten brauchen wir Menschen mit Visionen, die sich dafür einsetzen, ja ich sag mal für eine Welt, die Menschen jetzt momentan nicht vorstellbar scheinen, für eine Stadt, wo wir nur halb so viele Autos haben wie heute, es geht gar nicht anders, um die Klimaschutzziele zu erreichen, aber es ist eine lebenswerte Vision, die ich hier dargestellt habe. Und nur eine kleine Facette davon ist das Thema Buschspur, wiederum ein Beispiel dafür, wie es Strukturen und Verhalten verändern. Mein Onkel ist jeden Tag mit seinem Auto in die Stadt gefahren und ließ sich davon auch nicht abbringen. Aber dann hat die Stadt der Buschspurstadt einwärts eingeführt, über einen Kilometer oder 500 Meter nur, aber er stand dann mit seinem Wagen, weil eine Autospur dafür abgebaut wurde, im Stau. Ein kurzer Staunen, aber der Bus, der raus stand dann an ihm vorbei und da war der ziemlich wütend. Drei Wochen hat er sich das angeguckt, dann saß er an dem Bus. Und als er in dem Bus saß, hat er gedacht, wie cool ist das, dass ich schneller bin als die anderen. Und genau das ist der Punkt, es muss sich besser anfühlen, das Richtige zu tun. Und das ist eine Frage der Strukturen. Niemand benutzt Park and Ride, wenn er dann mit dem Bus im Stau steht. Niemand lässt den Wagen vor der Stadt stehen, wenn er mit der Bahn viel länger braucht als mit dem Auto. Und genau diese Strukturen zu schaffen, das ist die vornehme Aufgabe der heutigen oder gegenwärtigen Politik. Hier ein Vergleich, am Bahnhof kennt man diesen Abschnitt, den man vermeiden soll, weil es dort gefährlich ist. Auf der rechten Seite ist ein Abschnitt, das ist ein Fahrradweg. Soll ich mal ein Fahrrad fahren, ganz ohne Quatsch jetzt, da kann ich den Bus, der mich da jetzt gerade überholt, berühren. Und gleichzeitig muss ich Rechtsangst haben, dass die Türen aufgehen. Also könnte ich viel sagen, aber das sind Strukturen, die ausladen. Da lässt niemand seine Kinderfreiheit fahren. Diesen Radweg meiden Menschen und dieser Radweg hat suizidalen Charakter. Strukturen, die ausladen. Und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, jetzt aus Hersching, auf dem Weg hierher vom Hersching zum Naturschutzsyndrom. Und da sieht man ein, ja, ich sag mal, das sind auch Strukturen, die ausladen. Das ist ein scheinbarer Radweg, da ist noch ein Piktogramm aufgezeichnet. Die gestrichelte Linie ist schon weggefahren. Und natürlich haben Radfahrerinnen dort Angst. Und auch in Hersching gibt es viel zu tun. Aber ich würde mal sagen, es ist machbar. Hier ein Beispiel vorher. Parken Autos, verdeckter Radweg, nachher. Gleicher Abschnitt. Das sind Strukturen, ein Protective Bike Lane, die einladen. Das sind Strukturen der Wertschätzung. Hier kann man sich gegenseitig überholen. Hier kann man auch mit einem Transportfahrrad unterwegs sein. Und tatsächlich fahren viel mehr Menschen mit dem Fahrrad, wenn sie solche Radwege und solche Strukturen antreffen. Viele Städte in Holland oder Kopenhagen, Zürich und so weiter zeigen das. Und jetzt fangen Berlin und München, Köln, fangen auch mittlerweile an mit diesen breiten Radwegen. Und man kann jetzt schon beobachten, wie die Menschen ihre Routinen verändern. Das Fahrrad als Verkehrsmittel wird übrigens völlig unterschätzt. Ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht. Um euch zu amüsieren, Cargo-Biking nennt man das, ganz modern. Sieht das dann bei uns so aus, zum Beispiel jetzt mit UPS. Ich mache auch mit beim Cargo-Biking mit unserem Fahrradanhänger. Da kann man allerlei transportieren, auch zum Beispiel mit dem Christbaum. Und vor zwei Jahren haben wir uns den Spaß gemacht, unsere türkische Gaststühlerin abzuholen mit dem Fahrrad. Ich hole sowieso Gäste oft mit dem Klappfahrrad ab vom Bahnhof. Und ja, da ist das Klappfahrrad dann halt im Anhänger. Und auf dem Rückweg haben wir das Gepäck. Ich gebe zu, das war etwas knapp, aber es hat geklappt. Und unser Gast, Nasser, der für ein Jahr bei uns war aus Istanbul, musste dann mit dem Fahrrad zu uns fahren. Da wusste sie gleich, in was für einem Haushalt sie angekommen ist. Noch was zum Fahrrad, weil ich habe das heute gerade dabei. Von Hersching hierher bin ich mit meinem Klappfahrrad gefahren. Das lässt sich sehr gut verstauen, auch im ICE, auch im Gepäckfach, wie man hier sieht. Und ich finde es wahnsinnig praktisch, auch in einer Stadt wie Berlin oder München, wenn man mit der Bahn ankommt und dann aufs Fahrrad steigt. Man ist wahnsinnig flexibel und schnell. Und schnell. In Berlin viel schneller als zum Beispiel mit dem Taxi oder mit dem Auto. Mein Motto dabei lautet Burn Fat, Not Oil. Ich rate davon ab, für den Klimaschutz mit dem Fahrrad zu fahren. Das ist moralisch sehr anstrengend, das Richtige zu tun. Aber wenn ich mit dem Fahrrad fahre, weil ich die Bewegung brauche, weil ich mir selber einen Gefallen tue, dann fahre ich auch mal zum Baumarkt die 5 Kilometer, weil ich etwas für die Fitness tue. Und dafür habe ich euch auch diesen Aufkleber, ja, den habe ich hier mitgebracht, den müsst ihr euch schicken lassen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich habe jeweils einen ganzen Stapel mitgebracht. Das Auto verbrennt Geld, macht Fett, während das Fahrrad Fett verbrennt und Geld spart. Ja, Marketing kann auch zu etwas Nütze sein. Da ist ja dieser Aufkleber zum Beispiel gedacht. Marketing, hier ist eine andere Form von Marketing aus Zürich. Man lernt ja schon früh, dass man in der Stadt mit dem Auto nicht vorwärtskommt. Dann gibt es diesen Spruch mit gutem Beispiel vorangehen. Ich habe da viele Jahre nicht so viel von gehalten, denn in meinem Stadtteil, wir haben kein eigenes Auto, nie eins gehabt, aber die Nachbarn machen nicht mit. Ja, also das gute Beispiel reicht offenbar nicht aus. Aber seit der Papst bei den Vereinten Nationen mit einem Fiat Pundo vorfährt, hat dieser Spruch mit gutem Beispiel vorangehen für mich eine neue Bedeutung gewonnen. Hier ist ein Mann, der tut, was er sagt. Und das finde ich geradezu faszinierend. Da denke ich mir doch, wenn der das kann, dann müsste es jeder Oberbürgermeister können, jeder Landtagsabgeordnete und auch die Bundestagsabgeordneten müssten mit wesentlich leichteren und klimafreundlichen Fahrzeugen auskommen können. Im Bereich Wohnen, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, gibt es bereits Vorgaben der Politik, habe ich bereits erwähnt. Ich zeige das bloß, weil manche dann sagen, ja, aber es passiert doch nichts. Doch, Politik trifft Entscheidungen. Man kann nur sagen, sie werden vielleicht nicht schnell genug getroffen, aber Politik handelt, auch mit dem Konzept der Standards. Gebäude werden saniert, dafür gibt es Programme. Und nur zur Erhaltung wiederum, hier Berlin-Charlottenburg, weil viele sagen, ja, dass Gehäuser hässlich werden, wenn sie energetisch ertüchtigt werden. In Berlin-Charlottenburg war es so, dass es ein, also links ist ein, also sind beides Häuser aus der Gründerzeit, aber das rechte Haus, das ist nicht isoliert worden, sondern es hat an einem Förderprogramm teilgenommen, damals in Berlin in den 80er Jahren, wo es Geld dafür gab, wenn man den Stuck abgeklopft hat. Also nur mal so zur Orientierung, alles hat offenbar seine Zeit und seinen Geschmack und natürlich kann ich auch den Stuck herstellen mit Styropor oder bei einem sanierten Gebäude, all das ist möglich. Es gibt nichts, was gegen Gebäudesanierung spricht. Hier wieder ein Beispiel für einen Standard, diesmal von unten, alte Ölheizungen müssen mittlerweile vom Netz abgeklemmt werden, auch ein Konzept der steigenden Standards. Und solche Anzeigen habe ich heute aus der Süddeutschen, die sind nett und es ist gut, dass es sie gibt, aber solche Anzeigen würden niemanden motivieren, sein Haus endlich effizienter zu machen. Das reicht nicht. Es schafft aber den Rahmen dafür, dass Menschen bereit sind, Förderprogramme zu akzeptieren oder politische Rahmenbedingungen zu akzeptieren. Deswegen ist Marketing wichtig, aber die Aufgabe von Marketing und Bildung ändert sich. Das überspringe ich, das Bild spricht für sich, das Ganze kommt aus der Reichsgaragenverordnung, überspringe ich. Stichwort Wohnen. Was mir auch sehr wichtig ist, ich habe ja beschrieben, die Wohnfläche nimmt immer zu. Und das liegt unter anderem daran, dass Menschen wie ich, wenn die Kinder ausgezogen sind, in ihrem Einfamilienhaus mit Garten wohnen bleiben. Obwohl die Kinder ja gar nicht mehr da sind, bräuchte man das ja gar nicht mehr so dringend. Und dann gibt es noch ganz viele junge Familien, die wollen genauso ein Häuschen mit Garten. Und das ist ein Riesenproblem. Weil deswegen immer weiter Einfamilienhäuser und Wohnungen geschaffen werden. Also stellt sich die Frage, wie kriegt man Menschen wie mich aus dem Haus raus? Oder anders gesagt, wie kriege ich die Alten aus den Häusern raus, wenn die Kinder schon nix ausgezogen sind? Und dafür braucht man Förderprogramme. Denn bisher bin ich gar nicht gefragt worden. Ich werde nicht gefragt. Es gibt keine Kampagnen, es gibt keinen Bonus dafür, es gibt keine Angebotsform, man könnte so etwas machen mit Gästezimmern. Denn wenn meine Kinder zu Besuch kommen und ich habe nur noch 70 Quadratmeter, dann brauche ich vielleicht ein Gästezimmer. Dann gibt es Gemeinschaftsräume. Und wenn ich das gut gestalte, das wissen wir über Befragung, sind Menschen bereit, ihre Wohnform zu verändern. Und an solchen Programmen müssen wir arbeiten. Das kann ich allerdings nicht vorgeben. Ich kann auch das hier nicht vorgeben. Diesen Vorschlag, das haben wir jetzt umgesetzt. Wir haben jemanden reingeholt in das Haus, was uns zu groß ist. Hier lautet nämlich der Vorschlag, hol dir ein paar junge Studenten rein. Das ist schön, abwechslungsreich und gesellig. Und die bringen dir vielleicht noch was vom Einkauf mit, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist. Schlussrunde. Manche sagen, der Kuppers will ja die Ökodiktatur. Und tatsächlich habe ich mir viel Gedanken gemacht über Liberalismus und Freiheitsrechte. Und es wird sofort klar, dass zum Beispiel die Anschnallpflicht ein Eingriff ist in meine Freiheitsrechte. Aber ich weiß noch ganz genau, weil mein Vater sich das erste Mal angegurtet hat, da kam uns gerade ein Polizeiauto entgegen und das Bußgeld war ganz neu. Und er macht, oh, wie schnell anschnallen. Er hatte keine Lust, sich anzugurten und fand das albern. Mittlerweile ist das für ihn die Norm. Es ist selbstverständlich geworden, es ist Routine geworden. Und das ist das eine zum Thema Freiheitsrechte. Dann geht es um die Freiheitsrechte der zukünftigen Generationen. Auch die müssten laut Verfassung heute im Hier und Jetzt beachtet werden. Die FDP müsste die Partei der radikalen Umweltpolitiker sein, wenn sie das ernst nehmen. Es geht auch um die Freiheitsrechte von Menschen, die an einer stark befahrenen Straße leben. Die werden momentan massiv eingeschränkt. Und es geht um die Freiheitsrechte von Menschen, die im Straßenverkehr verunglücken. Wir haben um 32.000 Schwerverletzte Menschen, nein, viel mehr Schwerverletzte, aber 32.000 Menschen, die nach einem Verkehrsunfall behindert sind. Pro Jahr. Pro Jahr. Das ist ein hoher Preis für unsere Form der Mobilität. Und deswegen kann niemand sagen, ich nutze meine Freiheit, wenn ich im Auto sitze. Immer wenn ich im Auto sitze, schränke ich die Freiheitsrechte andere ein. Das sollte jedem bewusst sein, der sich hinter Steuer setzt. Und deswegen ist auch die ganze Diskussion über die Verteilung vom Straßenraum in den Städten, die muss man von da aus herleiten. Und dann kommt man zu ganz anderen Rückschlüssen, was Freiheitsrechte anbelangt. Ihr kauft euch eine Dose Würstchen im Supermarkt und dem wenigsten Menschen, übrigens, Vorsicht, hier wieder Fake-Werbung vom Greenpeace-Magazin, und dem wenigsten Menschen dürfte bewusst sein, wie viele gesetzliche Vorgaben und Standards ein Hersteller berücksichtigen muss, bevor er sein Produkt im Laden überhaupt verkaufen darf. Selbst was auf der Verpackung steht, wird vorgeschrieben, wie viel Fett drin ist und so weiter. Es gibt unzählige Vorschriften. Und wenn ich da am Brandschutz denke und Hygiene-Vorschriften, und vorhin sprachen wir darüber, was alles mittlerweile nicht erlaubt ist und was die Betreuung von Kindern, wie sie erschwert wird, weil es so viele Vorgaben gibt. Im Vergleich zu all dem sind die Vorschläge, die ich unterbreite im Konzept der Ökoroutine, sind geradezu niedlich. Sie sind so einfach. Ich liebe einfache Vorschläge. Und es gibt also keinen Grund, das nicht anzupacken. Und es gibt keinen Grund, weil das kompliziert sei. Wir kommen wieder hin zu den ganzen Vorschlägen, die ich hier beschrieben habe. Politik kann und muss gestalten. Das ist die erste Botschaft. Hier ist Emilia von einer Windkraftanlage, die damals 16 Jahre alt war. Meine jüngere Tochter war damals, weiß ich, 10, 12. Und direkt daneben stammt diese Windkraftanlage. Und man sieht, in 15 Jahren hat ein riesen Entwicklungssprung stattgefunden bei der Windkrafttechnologie, weil Politik den Rahmen vorgegeben hat, weil Politik gehandelt hat. Man kann es so halten, wie Frau Glöckner, und sagen, jeder muss bei sich selber anfangen und es dabei belassen. Aber das ist gerade ein fataler Rückschluss. Ich sage, politischer Protest ist wichtiger als privater Konsumverzicht. Was ich mir wünsche, ist, dass ihr Teil der kritischen Masse seid, dass ihr euch einmischt und dass es noch viel mehr tun. Denn wir sehen, seit Friday for Future, diese, wenn ein bestimmter Teil der Bevölkerung sich erhebt und zeigt, so will ich das, ich bin damit nicht mehr einverstanden, wie das jetzt läuft. Das setzt Politik unter Druck. Und gerade eben wurde die Demonstration erwähnt. Ich wusste noch gar nicht, dass sie jetzt ausfällt. Wir haben es satt. Auf der Website von wir haben es satt, das ist noch nicht so. Ich habe jedenfalls schon wieder ein Zimmer gebucht in Berlin, denn ich werde wie jedes Jahr dort hingehen zur Demonstration. Vielleicht dann dieses Jahr nicht, aber das ist ganz wichtig. Solche Demonstrationen, da habe ich auch gedacht, na ja, ist das so entscheidend? Ja, ist es. Denn die Reformer in der Politik haben es leichter, wenn sie merken, dass es Druck von der Straße gibt. Und jede Form von Engagement lohnt sich. Ich war auch beim Hambacher Forst und dort waren auch 70.000 andere Menschen und es haben Menschen sich in den Bäumen verschanzt. Da haben viele gesagt, es sind Spinner. Ja, aber genau diese Spinner haben dafür gesorgt, dass dieser Hambacher Forst symbolisch so aufgeladen wurde und natürlich hat das die Verhandlung der Kohlekommission beeinflusst. Es macht einen Unterschied, ob man sich engagiert. Auch dieser Radverkehrsentscheid in Berlin hat einen riesigen Einfluss gehabt auf die Radverkehrspolitik in Berlin. Es ist also wichtig, sich in irgendeiner Form zu engagieren, einen Verein zu unterstützen, eine Initiative, eine Partei, bei einer Critical Mass mitzufahren. Und jede Form von Engagement ist besser, als zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen und die Zustände zu beklagen. Und wenn jemand in eurem Bekanntenkreis ist, der sich denkt, kommt einer mehr auf der Demo, ist doch egal, es kommt auch mich nicht an. Dem sage ich, nichts ist egal, nur auf dich kommt es an. Vielen Dank fürs Zuhören. 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 Zuhören.